Kitas in NRW. Aufgepasst! Jetzt wird es lustig und lecker mit Louis und Lea. Wir kommen zu euch und bringen gesunde Ernährung und Bewegung auf völlig neue Weise ins Leben eurer Kita-Kids. Der Startschuss ist die große Kick-Off-Party mit Louis und Lea und mir. Gemeinsam erleben wir eine interaktive Geschichte, machen coole Workouts und kochen ein leckeres Mittagessen. Und das Beste, Louis und Lea ziehen danach in eure Kita ein. Alle Infos jetzt auf louisundlea.de. Wir sehen uns!